Lecky! Matthew Lecky! Passi, der australische Nationalspiel? Matthew Lecky! Ja, ich hätte nicht eingefallen. Matthew Lecky natürlich, das weiß man doch. Ein guter Spieler, wird für Australien immer eine Nationalmannschaft spielen, auch wenn wir das bei Hertha nicht immer so gerne sehen, weil er manchmal verletzt zurückkommt. Ansonsten ist das alles schön. Ich bin er schnell, er ist gut, er ist auch ein Typ, der gerne gewinnt und gewinnen möchte, man merkt es ja auch. Ich persönlich finde es schade, dass man so sorglich das Gefühl hatte, dass da manchmal nicht zum Einsatz kam und man wusste nicht so richtig, warum. Und ich denke, ein Typ, gerade bei Hertha BSC, der gewinnt, der der Mannschaft mitreißen kann und der auch damals eine Qualität hat, das ist unheimlich wichtig. Gut, ein guter Spieler und schnell. Der ist fast so schnell wie ich. Ich glaube, vier oder fünf Tore relativ schnell in der Saison. Er ist ein sehr schneller Spieler, der wirklich im Konterfußball immer viel bringt. Momentan hängt er ein bisschen in der Luft. Er spielt teilweise ein bisschen unglücklich, aber wir sind eigentlich froh, dass wir ihn haben. Und ich denke, in der nächsten Saison wird es mit ihm besser. Also Lecky ist echt ein schneller Läufer, aber er kann nicht schnell rennen und denken. Hab ich heute schon gesagt. Grundsätzlich ist aber Lecky sehr geil, weil er fährt zur WM. Und er lebt in Berlin. Und er lebt in Berlin. Und er lebt in Berlin. Verde Monteney Debo Assolo bei 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 х